So, da drüben muss ich hin. Wie? Mach ich das? So. Ja, was da ist. Geht ihr immer zusammen? Das klingt irgendwie falsch. Alter, was macht ihr da? Du guckst ihm nur voll auf den Arsch. Siehst du das? Ja, geht's? Ja, folge ihm. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Wahlhöhe-Ausgabe-Sperre. Eine was? Oh, oh. Bist heute dein Essen mit mir zu? Verzieh dich. Hm, 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 hm. Ist da auch noch einer, ne? Ups. Da ist noch einer. Richtig auch doof. Richtig sneaky. Das ist ja auch jetzt voll unauffällig, dass jetzt die Tür einfach aufgeht. Der Hals da ist. Das habe ich dir doch nicht. Was? 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 Weins sollst du in Flaschen? In Flaschen? Du Glückspels. Was kriegst du? Ich sage es dir nicht. Ja, das war jetzt doof. Wo ist die andere? Da ist. Was ist da vergesst? Ich hab Flaschen. Was ist denn mit dir? Lass uns mal so liegen, ne? Zu herzlos. Können wir auch nicht sein. So, was haben wir noch Schönes hier? Wo war denn jetzt hier? Was ist denn mit dir? Aha. Oh, oh. Ja. Guckt er doof, ne? Setz dir stattdessen deine Hände an den Pflug. Ja. Jeden Abend. Schuldigung. Oh Gott. 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 Was ist denn das für ein Lied, was die da unten pfeifen? Fütterungsprotokoll. Gemischte menschliche Überreste. Großer Appetit. Vorfall mit letztem Dienstmädchen. Na gut. So, wo war hier? Hier. Achso. Gibt es da noch eine Kelle? Gibt es da noch eine Kelle? Nicht schlecht. Hier gönnt sich einer richtig. Ich bin zu einer Anstaltung. 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 Keine Girl. Oder? Oder? Alter, was ist das hier? Was ist ein Tresor? Das ist ein Münztelefon. Zum... Nee. Bin ja noch nicht fertig. Na? Oder der Stress, ja? Denk dir, ne? Das bin ich schon wieder hier. Alter, was machen die denn da? Stimmt. Ich höre zeigen, dass wir da einen von Slackjaw's Männern fangen. Tod und blutig. Dass du ein riesen Idiot bist. Der Harz da ist. Wenn du jetzt hier rauskommst... Wahrscheinlich. Aber er guckt gerade nicht hin. Was hat er denn dabei? Bullenratten-Fötus. Ja, okay. Wo ist der Schlüssel? Bullenratten-Fötus. King Sparrow-Federn. Captain Jack Sparrow. Oh Gott, Alter. Können wir echt so viel lesen hier? Das ist ja Wahnsinn. Geht nicht kaputt, nee. Ich wollte ihn gerade befreien. Das hier geht's wieder raus. Das hier geht's wieder raus. Ach hier, Hinweis, klar. Ich versuche noch, Hinweis, mal gefahren, das gleiche. Bringe den Audiograph zu Slackjaw zurück. Optional? Ach so, klar. Gibt's hier oben nicht den Ausgang? Na? Na? Wofür brauchte ich jetzt hier den... ...den Schlüssel zum Labor. Wenn das Labor das eigentlich hier ist. Oder ich geh einfach hier raus. Richte das Herz auf eine Person, um die Geheimnisse zu machen. Ich habe nicht versucht, ne? Mir fällt gar nicht auf, dass die Hälfte der Leute fehlen. Nein, nein. Genau. Das war hilfreich. Ist hier oben noch jemand? Geh ich mal da runter. Oder war es denn irgendwas hier? Golden Co... Cat. Achso. Brauch ich ja gleich. Hey, hey, hey. Moment. Mir fällt gerade auf. Warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach, als Maul. Du weißt doch, dass ich nicht weiß, welche Münze wie viel wert ist. Angemessene Reaktion. Halt's Maul. Niemand wird uns von der Tod behalten. Und dann gehen wir. Also, ja, das ist ja hier. Oder kann ich jetzt hier rein? Schlüssel zum Reservelager. Der hier irgendwo rumliegt. Und ich den hier ausbogen kann? Na? Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Peng. Ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand fühlt deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottlestream-Kang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hat da auch keinen Schimmer. Deshalb brauch dich so lang. Voll sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft. Und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat-Bord. Okay. Gehste? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons mit dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Ey, jetzt mach ich's aber selbst hier. Ich mach's mir... Na gut. Komm wieder, wenn du es dir anders überlegst. Ist ja auch schade, dass er gestorben ist, bevor er es sagen konnte. Du, ich suche einen Schlüssel übrigens. Bunting. Dieser Kunstler hat Geschmack. Wenn jemand... Wenn es jemanden Dunbar gibt, von dem man was klauen sollte, dann ist er das. Okay. Ach, da waren es deine Leute da drin. Das tut mir natürlich leid. Warte nicht auf sie. So, dann zum lustigen Teil. Das tut mir leid. So, dann muss ich. Hm, denkst du, wa? So. Haha. So. Oh, da muss ich jetzt rüben, ne? Der stöhnt hier. Oh. Ich steh grad ein bisschen doof hier. Kack, okay. Da muss ich da drüben lang. Wow. Autsch. Alter, es geht mit euch hier. Ach, das sind die Weiner jetzt hier, oder was? Oder war das ein Zivilist? Das wär' jetzt schade. Das ist ein Tier. Das ist ekelhaft. Habt ihr es jetzt, oder? Alter, sein Blut fließt die Wand nach oben Tatsache, da muss ich beim nächsten Mal Geschickter agieren Bitte? Ja, was da ist Kommt Kommt zum Abendessen Kommt, meine kleinen Vögelchen Kommt her Hier hat er im Blut gefurzt, genau Macht die das nicht? Das ist ganz normal Er hat da ist Alter, bitte was? Oh Oh Vielleicht ich hab noch das drin Okay Alter Da vorne sind wir erstmal ein Ratten Wie krass ist das denn mit ihr verkehrt? Blutwurst Wie viel es hier zu entdecken gibt, das ist der Shit General Schlüssel Achso Warte mal, ich muss ja drüben rein Oh Ich bin ja doof Naja Waren wir hier mal drin Ich muss hier ja gar nicht rein Warte mal, das Gebäude Golden Code Da ist das Hotel Komm ich irgendwie lang? Ja, ich musste an einem Tor vorbei Geil Dreckige Schlammkriehe Vorher hat eine Pennerin wie du das Elixier Wir sind seit einer Woche auf halber Ration Ich will mir nicht die Sehche Was? Nein, bitte Für mein Baby Bitte 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 Ist nicht der Fall gemein Ich hole das Elixier Du wirst Krass gerein Zelle verrotten, bis du alt und grau bist Nein Es ist meins Es ist fast Nein Ich weiß was für meinen Jungen Mit den Es ist mein Stahl Hast du die echt gerade verdroschen? Ist mit dir verkehrt? Ich bin jetzt aber frech von dir Überlebende Ha Ne Leiche, die heißt Überlebende Versteht er? Verständest du nicht? Na gut, ich hab's ja nicht gekillt Schade Äh, Hotel Da được Ich hab's ja garanter Obwohl Ich hab's ja nicht Hast du nicht